Hallo und herzlich willkommen zurück in dieser Videoreihe zum Mathematik macht Freunde Arbeitsblatt Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung. In diesem Video werden wir die Vorarbeit leisten zu der Frage, was steckt hinter dem Hauptsatz. Wir werden das bisher Gelernte wiederholen und anwenden und nach diesem Video kannst du Funktionswerte einer Integralfunktion grafisch geeignet darstellen und mit dieser grafischen Darstellung flexibel umgehen und argumentieren. Wir betrachten nun das folgende Fenster. Der Graph von f von x gleich x² ist dargestellt. Wir betrachten die Integralfunktion f mit der Vorschrift f von x ist gleich das bestimmte Integral in den Grenzen 0 und x von t² dt. Der Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung besagt nun, dass F' von x gleich f von x gleich x² gelten muss. Wir wollen nun ohne Verwendung des Hauptsatzes nachweisen, dass tatsächlich F' von 2 gleich f von 2 gleich 4 ist. Zuallererst müssen wir hier bei diesen fünf Grafiken ein paar kleine Arbeitsaufträge erfüllen. Bitte nimm dir dafür kurz Zeit, führe in Ruhe die Arbeitsaufträge zu diesen fünf Grafiken aus. Ein kleiner Tipp, Vorsicht beim Berechnen von O in der fünften Grafik. Die Grafik täuscht nämlich ein bisschen. Gut, als erstes sollen wir nun eine Fläche mit Inhalt F von 2 markieren. Wir dürfen nicht vergessen, F von 2 entspricht hier nun dem bestimmten Integral von klein f in den Grenzen 0 und 2, also dieser hier rot markierten Fläche. Sehr ähnlich ist es hier bei der nächsten Grafik. Hier sollen wir jetzt die Fläche mit Inhalt F von 2,5 markieren. Das bedeutet wieder das bestimmte Integral von klein f in den Grenzen 0 und 2,5, also diese hier blau markierte Fläche. In der nächsten Grafik sollen wir nun den Flächeninhalt Groß U berechnen. Wie können wir das angehen? Wir sehen Groß U ist ein Rechteck. Das bedeutet, wir brauchen nur Länge mal Breite. Die Länge hier entspricht ja genau klein f von 2, das ist 4 und die Breite ist 0,5. Also erhalten wir für U einen Flächeninhalt von 2. In der nächsten Grafik sollen wir nun die Fläche mit dem Inhalt F von 2,5 minus F von 2 markieren. Das ist jetzt diese Fläche hier. Warum ist das so? Wir müssen einfach von dieser ganzen Fläche hier das hier abziehen. Dann bleibt nur noch das hier übrig. Also hier in violett ist das noch einmal veranschaulicht. Zum Abschluss sollen wir nun noch den Flächeninhalt Groß U ausrechnen und wie schon vorgewarnt hier nicht zu sehr auf die Grafik verlassen. Man könnte glauben, es wäre genau 6 mal 0,5, aber Vorsicht, hier diese Länge hier ist der genau klein f von 2,5 und das ist nicht 6, sondern 6,25. Klein f ist ja gegeben mit der Vorschrift klein f von x ist x Quadrat. Also 2,5 zum Quadrat ist 6,25, also ist Groß U 6,25 mal 0,5 und damit 3,125. Und damit 3,125.